Na nu? Um welches Schwesternpaar handelt es sich denn hier? Na, um gar keins! Das sind Mama und Tochter Ahrens, die das sonnige Wetter in Berlin in vollen Zügen genießen. Wir haben was zu lachen, schreibt die Ex-Frau von Patrick Graf von Faber-Castell zu dem Schnappschuss. Dass Marielle Ahrens zwei bildhübsche Töchter hat, ist kein Geheimnis. Besonders ihrer großen Tochter Isabella folgen inzwischen fast 4.500 Fans auf ihrer Instagram-Seite. Isabella stammt aus einer früheren Beziehung mit einem kroatischen Banker. Doch gemeinsame Fotos mit Mama bekommen wir nur selten zu Gesicht. Nun zeigt sich die Schauspielerin endlich mal wieder Arm in Arm mit ihrer schönen Tochter. Da ist die Kleine ja größer als du, fällt einem Fan auf. Und ja, die 21-Jährige ist inzwischen schon eine ganz große. In die Fußstapfen ihrer berühmten Mama will sie dennoch nicht treten. Sie konzentriert sich lieber auf ihr Studium. Das Modeln kommt an zweiter Stelle. Das Potenzial dazu hätte sie.